So Kinderchen, ihr müsst noch fahren, das kommt jetzt hier mal weg, das kommt jetzt hier mal weg und und dann wird, doch das kommt hier weg und dann wird schön hohes Zeh getrunken. Der erste Schluck ist mein Liebes. Mal sich gesund zu ernähren und die Sachen schön anzurichten. Die unfallfreie Esstechnik von dem gesunden Zeug, das wir uns hier nochmal genauer ansehen. Danke, wo wir denn warten, dass die Büschen kalt sind. Sehr schön, also wichtig ist ja auch immer das gesunde Zeug dann auch zu entsorgen. Los! Ja, hier sind wir schon am letzten Tag von unserem Männercamp 2 in Leusin. Wir haben richtig gute Stimmung und heute ist auch nochmal mehr Wind, das ist richtig super. Das ist hier unser Albert, schon gekauft, so mitten bei der Arbeit, jetzt auch noch ein Interview geben. Das ist total bescheuert, oder? Ja, das ist schon weiter zu fahren. Okay, also viel Spaß beim Wasserstaat und alles Gute. Dankeschön. Unsere Mission, Albert muss aufs Board. Jawoll! Ja, wie geht's dir so? Oh nein, immer möglich draußen, aber dann... Hey, ho! Roman, du hast jetzt das erste Mal in dieser Woche mit Softguides Erfahrungen gemacht. Wie war's? War eine super Sache. Anfangs dachte ich immer, Softguides sind so ein Tinnif, so ein Rumgefummelt und so. Aber ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Mir mit dem Flysurfer Soul 18 das erste Mal raus und muss sagen, das ist eine echte Alternative. Ja, schön, guten Tag! Sehr schön! Super! Da fährt er hinter mir, der Gerd. Yes! Wir stoppen. Er hat dafür gesorgt, dass die Tube, die hier verdreht war und geplatzt war, jetzt wieder ganz ist. Und im Prinzip alles repariert. Das ist ja unglaublich! Albert, was haben dir die Austauschrunden bedeutet? Ich fand die Austauschrunden ganz gut. Ich fand es gut zu kiten, so wie es dann geklappt hat. Ich fand es aber auch schön, dass wir nicht nur gekitet haben, nicht nur Thema Kiten hatten, sondern dass wir auch über andere Sachen reden konnten. Und mit Männern zusammen reden, das ist sonst auch nicht so einfach. Das fand ich einfach das Schöne an dieser Zusammenkunft. Weil Männer so schwierig sind oder weshalb? Woran das liegt, weiß ich nicht. Aber sonst über den Glauben ins Gespräch zu kommen, ist einfach nicht so einfach. Und das hat hier eigentlich gut geklappt. Sag doch nochmal was im Netz. Was? 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 Hier wurden auch sehr viele Sachen eben erklärt sozusagen. Wir haben ganz neue Betragungen, kriegt man dann. Da geht's aber auch mal eins. Das war so. Was? 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 Bis zum nächsten Mal.